Aufstehen, wählen, gehen! Hey, wir sind von den Jugendhäusern in Kehl und wir werden dir jetzt erklären, was dieses Jahr bei der Kommunalwahl alles so los ist und was du eigentlich damit zu tun hast. Am 26. Mai 2019 ist es soweit, also merkt ihr das Datum gut. An diesem Tag kommt einiges auf dich zu. Wenn du 16 Jahre oder älter bist, kannst du den Ortschaftsrat, den Gemeinderat und den Kreistag wählen. Bist du schon über 18, kannst du sogar bei der Europawahl mitmachen. Dann schauen wir uns die verschiedenen Wahlen mal an. Wir starten mit dem Ortschaftsrat. Hier mal ein kleiner Überblick über Kehl und die umliegenden Dörfer. Die Dörfer Leudesheim, Auenheim, Zirrlshofen, Bodersweier, Querbach, Neumühl, Kork, Odelshofen, Mahlen, Goldscheuer, Kittersburg und Hohenhurst werden auch Ortschaften genannt. Wenn du in einer dieser Ortschaften wohnst, kannst du den Ortschaftsrat für dein Dorf wählen. Was ist überhaupt ein Ortschaftsrat? Der Ortschaftsrat besteht aus mehreren Leuten aus deiner Ortschaft. Diese Leute werden Ratsmitglieder genannt und von den Einwohnern deiner Ortschaft gewählt. Wenn die Ratsmitglieder gewählt wurden, bestimmen sie untereinander eine Person als Ortsvorsteher oder Ortsvorsteherin. Und was macht dieser Ortschaftsrat eigentlich? Der Ortschaftsrat setzt sich für seine Ortschaften und die Bürger ein und vertritt ihre Interessen. Das heißt, er kümmert sich darum, was in der Ortschaft passiert und wie sich diese entwickelt. Die Ortschaftsräte sind also Ansprechpartner für die Einwohner in der Ortschaft. Wenn zum Beispiel eine Straße kaputt ist, eine Grundschule renoviert werden muss oder ein neuer Spielplatz gebraucht wird, dann kann der Ortschaftsrat diese Vorschläge dem Gemeinderat vorlegen. Der Gemeinderat kann dem Vorschlag zustimmen oder ihn ablehnen. Und damit sind wir schon bei der nächsten Wahl, der Gemeinderatswahl. Vorhin haben wir dir schon den Überblick über Kehl und seine Ortschaften gezeigt. Schau nochmal hier. Wenn man nun die Stadt Kehl und diese Ortschaften zusammennimmt, dann nennt man das eine Gemeinde. So wie der Ortschaftsrat für seine Ortschaft zuständig ist, ist der Gemeinderat für die ganze Gemeinde zuständig. Der Gemeinderat beschäftigt sich mit den aktuellen Themen von der Stadt Kehl und den umliegenden Ortschaften. Da nicht jeder einzelne Bürger persönlich nach seiner Meinung befragt werden kann, übernimmt der Gemeinderat wichtige Entscheidungen, welche die ganze Gemeinde betreffen. Zu diesen Entscheidungen gehört unter anderem, wofür in der Gemeinde Geld gebraucht wird, wie zum Beispiel für Schulen, Straßen, Parks, Brücken oder Schwimmbäder. Bei der Tram wurde zum Beispiel über den Fahrtweg und die Haltestellen entschieden. Der Gemeinderat hat also viele verschiedene Aufgaben. Hierfür treffen sie sich regelmäßig im Kehler Rathaus, um alles zu besprechen. Und wer genau ist eigentlich der Gemeinderat? In Kehl besteht der Gemeinderat aus unserem Oberbürgermeister Toni Vetrano und 26 weiteren Ratsmitgliedern. Wie viele Mitglieder ein Gemeinderat hat, ist in jeder Gemeinde unterschiedlich. Es hängt davon ab, wie viele Menschen in einer Gemeinde leben. Übrigens, der Ortschaftsrat und der Gemeinderat werden alle fünf Jahre neu gewählt. Und das passiert am 26. Mai 2019. Bis zum nächsten Mal.